. 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 Ich hab Gacke in meiner Hose. Das könnte auch ich gewesen sein. Ach, dein Leben ist ein Traum-VP. Ja. Die leckt mich am Arsch-Attitude. . . . . . . . Entschuldige die Verspätung. Ich hab noch das ganze Gluten auf der Welt eingesammelt und es ins All geschossen, wo es uns nie wieder schaden kann. Gib mir einen Kuss und tritt keinen Stoß, Red. Was zum Ficklappen ist das denn? Mein Name ist Cable. . 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 Das Richtige muss man manchmal schmutzig kämpfen. Und das ist der Grund, weswegen eine für vier absolute Pornografie ist. Ich wünschte, ich hätte das College abgeschlossen. Der zweite ist noch besser. Doppeldaumen hoch. Fragen dritten machen die garantiert nicht. Ja, wieso sollten die auch? Zwei reichen. Sauberer Abschluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017